So, welches Spiel? Funky Dating in St.A. Das wird man ja sowieso spielen. Hat auch 100%. Bis zum 18. Januar haben wir Zeit. Pack mal. Wo war denn hier nochmal das Datum? Ach, die unten. 13. Januar, das schafft man. Ich lasse es einfach jetzt mal bei Gameplay. Ich will das jetzt nicht identisch umbenennen. So, winkende Begrüßung. Ladebildschirm mit Hinweis. Passt nicht, aber ich glaube, das andere wird auch nicht so wirklich gepasst. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Das passt. So. Zack, zack, zack. Ähm. Titel und weicher Fokus. Sehr gut. Du hast einen Talentpunkt erhalten. Jedes Mal, wenn ein, äh, du ein, wenn ein Level aufsch- Wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern und Entdecken neuer Arten von Videos investieren kannst. Komm und nutze deinen neuen Talentpunkt. Kann ich jetzt einen davon freischalten? Neuer Talentpunkt. Du hast einen neuen Talentpunkt. Äh. Also das verstehe ich jetzt noch nicht mit diesen ganzen Level-Ups. Das haben sie komplett überarbeitet. Wenn wir jetzt nicht ein ernsthaftes Hausarrest geben. Ach, Muttern hält die Klappe. Ich will YouTube-Star werden. Ah, hier. Hier wollte ich hin. Das habe ich gesucht. Ähm. Vlogger-Skills ist weitersagen. Ey, wir müssen, wir müssen die Gaming-Skills erst mal aufbauen. Ähm. Was haben wir hier? Erste Eindrücke. Nehmt ihr erstes Gameplay-Video auf und gebt deinem Zuschauen einen Vorgeschmack des Spiels. Das Beste holt man aus den Spielen raus, die gerade erschienen sind. Ansonsten vernehmen die Leute das Interesse. Casual. Genau. Ich nehme mal das mit den Likes. So, okay. Wir haben 30 Dollar. Ähm. Ich gehe arbeiten. Zeitungausfragen gibt es wieder 30. Ich muss ja erst mal meine ganzen äh, Belohnung einfordern. Es gibt immer so. Wir sind ziemlich müde. Ich vergesse nämlich immer nicht, diese Belohnung einfordern. Es gibt aber, ähm, Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Das ist mir ein R von uns jetzt wieder. Danke, dass du das Video hochgeladen hast, Maffi. Ich werde all meinen Freunden erzählen, wie gut du daran bist. Vielen Dank. Wo wir schon mal dabei sind, wusstest du, dass es in ein paar Wochen eine sehr wichtige Spielemesse ist. Du kannst dich dort anderen YouTube treffen und Bekannten werden. Allerdings kostet Ticket 100 Dollar. Besorg dir das Geld und wir gehen zusammen hin. Gerücht zufolge gibt es dort auch ein paar Sonderausgaben von manchen Konsolen. 100 Dollar. Wo war's denn? Game World. Ich habe gerade keine 100 Dollar. Ansonsten gehen wir jetzt einfach mal arbeiten. Autowaschen, Autowaschen. Wir müssen irgendwie an die 100 Dollar rankommen. Nein, ich will mich gerade nicht unterhalten. Ich brauche Geld. Geld! Okay, wir haben die 100 Dollar zusammen. Gut. Jetzt haben wir zwar nur noch 8 Cent. Scheiße. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Wir können ja noch mal hier ein Gameplay zu machen. Das ist ja noch aktuell. Das gute Stück. Ja, in der Wegen der Begrüßung. Ladebildschirm. Ähm, lustiger Kommentar. Episches Spiel. Feierlicher Schrei. Ja. So. Das rein, das rein und das rein. Und dann muss man mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall den Fokus und den Titel. Interesse. Okay. So. Wir tun mal was essen nebenbei. Na, immerhin 7 Dollar verdient und schon 2000 Abonnenten. Passt doch. So, wir können ja noch mal eine Runde schlafen gehen. Wann ist denn dieses komische... Ach, am 10. Februar war es okay. Am 31. Januar ist die Prüfung. Ich gehe lieber mal lernen. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch mal packen. Na, kommt ganz gut an. Also, wir müssten jetzt, glaube ich, noch dreimal lernen gehen. Na gut, das passt ja noch. Wir haben ja noch ein aktuelles Video oben. Oder auch nicht. Ich dachte, mit jedem lernen... Ah, das ist blöd. Pflichtveranstaltung. Na, ich gehe noch mal lernen. Wir müssen es ja irgendwie mal packen. Wir haben übrigens eine neue Karte. Die zeige ich gleich. So, wie sieht es aus? Ja, wir sind im grünen Bereich. Das ist doch schon mal was Positives. Jetzt müssen wir aber mal wieder was aufnehmen. Hier das zweite oder dritte Gameplay ist das sogar schon. Ah, das ist weiter. So, Karte übrigens. Kurzer Kommentar, Ratschlag und tanzende Begrüßung haben wir erhalten. Ich nehme einen Ratschlag. Ach, wir können jetzt auswählen, welche wir nehmen. Okay. Das wusste ich noch nicht. Wegen der Begrüßung. Episches Spiel. So, ich glaube, das haben sie auch geändert, dass man ihnen jetzt da angezeigt bekommt, wie... welche Karte da gerade am besten ist. Wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, wie gesagt, da... Hoppla, es scheint so, als würde mein PC Probleme machen. Ich sollte den Zustand überprüfen. Was will ein Muttern von uns? Wieso umwarmt die uns? Darf die das? PC-Zustand. Funkenflug haben wir die Errungenschaft. Ähm... Ich konnte meinen PC-Ehaltbarkeit aufrüsten oder ihn reparieren. Er machte schon ein paar Probleme, also dachte mir, es wäre das Beste, ihn zu reparieren, bevor er ganz kaputt geht. Ja, das sehe ich auch so. Ähm... Gut. Da kommt unser Handwerker. Können wir übrigens... Können wir noch eine Karte auswählen? Aber geht das gerade nicht, wenn der Handwerker da ist. Übrigens würde er ein paar IP sammeln. So, also wollte ich mir komponenten und computer ansehen. Ich konnte einfach direkt per Mausklick... Ja gut, im Moment hast du ein bisschen wenig Geld, lieber Matthew, um dir irgendwas kaufen zu können. Oder? Naja, der wird nichts haben. In diesem Laden kannst du alle wirklich eine Sache kaufen, um deine Arbeitsstation aufzuwählen. Jeder Komponent für sich hat eigene Renderpunkte. Oh, und man konnte auch die Bearbeitungssoftware aufrüsten, um mehr Effekte hinzufügen zu können. Du hast eine ganze Menge in dieser Woche gelernt. Herzlichen Glückwunsch, mach weiter so. Kriegst du jetzt Geld? So, na gut, wir könnten uns eine Tastatur leisten, aber... Ah, ungern, ungern, ungern. Und ich würde gerne, danke, Musik-Intro, einfache Verabschiedung, Musik-Intro. Ich nehme mal kurz einen Kommentar. So, okay. So, wir haben nur 17 Dollar, verdammt, nochmal. Ich gehe mal kurz schlafen und gucke mal. Ah, wir können nochmal lernen gehen. Gott, wenn wir dann unsere eigene Bude haben, müssen wir uns dann nicht mehr um sowas kümmern. Ah, wir kommen scheinbar schon an die 10 Dollar langsam ran. mit unserem Geld hatte ich heute Abend gerne ein Kilo. Keine Zeit, ich muss arbeiten. Das kann man später machen. Ist aber auch nicht so spannend. Das könnte man ruhig glauben. 10 Dollar verdienen wir schon mit unseren Videos. Mensch. Und 4000 Abonnenten haben wir schon. Ich gucke mal, wie aktuell sind noch unsere Spieler. Das können wir immer wieder spielen. Das können wir auch noch spielen, League of Giants. das machen wir auch direkt. Bis ich mir was anderes bringen. So, ein wenig eine Begrüßung. Spiel Intro Du bist ein Level aufgestiegen. Fröhliche Äußerung. Ladebildschirm mit Hinweisen. Sehr schön. So, das gab Geld. Das gab Kohle. Ja, also umziehen kann man leider noch nicht. So, weise ich auf Fokus. Mach mal rein. Und Titel. Und hochladen. Hallo, magst du deinen derzeitigen Telefonanbieter? Ich bin mir sicher, dass du das nicht tust. Mubiphone bietet dir eine schnelleren Internet. Musst nur 20 Dollar dafür zahlen. Guter Fang. Telefonanbieter versuchen immer neue Sachen zu verkaufen, aber die Internetleitung bleibt immer dieselbe. Ja, man versucht uns hier auch aufs Ohr zu hauen. Machen wir einfache Verabschiedung mal. So, ich muss eine Runde schlafen, sehe ich gerade. und eine Runde essen. Wir haben 61 Dollar. Boah, ich würde schon gerne auf einem neuen PC sparen, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, was ist denn der billigste? Ist der billigste wirklich diese 250 Dollar? wir schauen will mal. So, 4000 Abonnenten immer noch. Wie soll der Worte, bis das... Achso, ja, solange Video hochlädt, können wir ja noch nicht irgendwas machen am Rechner. ist komisch. Also, wenn bei mir ein Video hochlädt, dann kann ich immer noch was machen am Rechner. Also, gut, der hat einen alten Rechner, ich gebe es zu, ja. Ähm, ja, also der billigste ist wirklich 250 Dollar. die Software, da gibt es momentan noch keine. Mikrofon haben wir auch, Webcam, ach, ich will den Rechner haben. Unbedingt. Es gibt nämlich Renderpunkte, acht Stück immerhin. Also, acht Renderpunkte haben wir dann. Und das andere, gut, der Monitor würde vier, von zwei auf vier, aber das ist auch noch zu teuer. Maus würde nur zwei bringen. Aber die Maus kostet auch nur zwölf Dollar. da holen wir uns die Maus. Haben wir zwei, zwei Renderpunkte mehr, auch wenn ich mir jetzt gerade nicht erklären kann, äh, wie man mit der Maus besser rendern kann, aber ist ja auch egal, ne. So, übrigens, wir haben neue Erfahrungspunkte. So. Und wir haben ein neues Level up. Yippie. So, das gibt erst mal eine neue Maus für uns. So, und ich mache natürlich wieder hier Jump'n'Run und so, damit es mehr Likes produziert. Wir sind schon bei elf Dollarn. Mal gucken mal ganz kurz. Ah, es ist schön, dass die immer noch aktuell sind. So können wir nämlich immer schön ungefähr das gleiche nehmen, wegen der Begrüßung. Äh, lustiger Kommentar. Endloser Dialog. Mörderischer Blick. Es gibt sogar noch einen Bonus oben drauf und Zusammenfassung des Spiels. Ernster Kommentar? Passt. Sehr schön. So, zack, 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 zack. Du verlierst Abonnenten, du solltest mehr aufnehmen. Ja, bin ich doch gerade dabei, du Dödel. So, weicher Fokus, Titel. Hey, Matthew, ich möchte ein Gameplay-Video machen, weil so... Ja, schick's mir zu. Äh, bitte eines Freundes. Es gibt 105 Dollar. Ich hab gehört, dass du gute Videos aufnehmen kannst. Würdest du ein Gameplay-Video von, äh, Spectre Frog für Dell-PC machen? Das würde mir viel bedeuten, denn ich kann im Moment keines hochlagen. Ich schicke dir das Spiel. Klar, 105 Dollar, Alter. Super, ich werde dich schicken, wenn ich zu Hause bin. Ach, Muttern, lass mich in Ruhe. Ich, ich muss YouTube-Star werden. Äh, Urheberrecht. Na, das nehmen wir lieber nicht. Tanz eine Begrüßung. Abspann. Weil das Urheberrechtliche Zeug, das kann man dann später nehmen, wenn wir, ähm, Yeah, Level 5. Wenn wir, äh, im Netzwerk angehören. So, die 105 Dollar holen wir uns jetzt natürlich. Da legen wir sofort los. Äh, wir können ja noch nicht viel ändern, ne? Niedrige Auflösung, Arbeitsplatz 1, das ist Arbeitsplatz 1 und fortsetzen. Ach so, ach man. Wie lange haben wir Zeit? Bis zum 3. Februar. Äh, äh, okay, komm, wir gehen lernen, solange wie das Video hochlädt. und es ist immer noch nicht hochgeladen, ich brauche eine schnellere Internetleitung, verdammte Scheiße. So, Ergebnis anzeigen. 222 Daumen hoch, fünf Daumen runter, das passt. Ich habe auch ein Essen, äh, ich liebe dieses Video, machen wir doch etwas hoch. Ich will, äh, Video erstellen. ist gesehen und von hinten, Ahoi. Ah, gib mal halt was essen. Endlich ist hochgeladen. So, jetzt kannst du auch das Video erstellen. So, winkende Begrüßung. Ladebildschirm mit Hinweis. Gut, das passt. Ähm, erstes Spiel lernen. Äh, professioneller Dokumentar. Zusammenfassung. Lustig? Ah, irgendwie auch. So, zack, 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 zack. Was haben wir am wenigsten? Fokus und das. So, hochladen. Ja, das schaffen wir auch, bis dahin. Wir gehen nochmal ein bisschen lernen. Wie gut sind wir vorbereitet? Na, das sollte man jetzt eigentlich ganz gut vorbereitet sein. Auf die Prüfung werden wir jetzt nochmal lernen. Ja, grüner Bereich, das passt. Äh, da, 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 so. Aber schlafen wir mal nochmal. So, wir sind schon bei 7000 Abonnenten übrigens. So, das Video ist gleich hochgeladen, wir haben 31 Jahre noch. Passt, passt, passt. ach so, wir gehen zur Prüfung. Zwei minus, bestanden. Habe ich davon jetzt auch was? yes. So, das, das ist das, Untertitelung des ZDF, 2020